Oh, oh! Hm? Ihr seid das! Ähm, kennen wir uns? Tut mir leid, hab ich vergessen. Ihr wart bewusstlos, als ich euch gefunden hab. Ich bin von der ersten Flotte. Ihr könnt von Glück reden, dass ihr noch lebt. Oh, warte mal! Sie muss uns gerettet haben! Vielen Dank, danke, danke! Ich bin nur froh, dass es euch gut geht. Fünfte Flotte, richtig? Ach, was führt euch hierher? Also... Das ist vom Zora Magdaros? Mal sehen, was ich finden kann. Schon Jahre erforsche ich die Geheimnisse dieses Tals. Und so langsam verstehe ich ein paar Dinge. Jetzt seid ihr dran. Lernt so viel wie möglich über diesen Ort. Beim nächsten Treffen vergleichen wir Notizen. Wie wär's? Ja, wir sind dabei. Gut, man sieht sich. Gut, man sieht. 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 Vielen Dank.